Vielen Dank an die Ventasport GmbH, die mir das hier vorgestellte Produkt für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich euch ein geniales kleines Kochset von GSI vorgestellt, den Stainless Minimalist. Den hatte ich schon unzählige Male draußen auf Natur dabei, weil er einfach genial ist. Natürlich hat GSI aber noch viel, viel mehr Produkte im Angebot und zum Beispiel auch ein ziemlich geniales Kochset für zwei Personen und zwar den Glacier Stainless Dualist. Das hier ist der Stainless Dualist, der auf den ersten Blick erst einmal recht unscheinbar aussieht, doch in seinem Innern verbirgt sich so einiges. Das Packmaß ist 15 x 15 Zentimeter und das Gewicht liegt etwas über 700 Gramm. Ganz genau gemessen habe ich 719 Gramm. Geliefert wird das Ganze in diesem schwarzen Packsack, der aber nicht nur Packsack ist, denn von innen besitzt er solch eine robuste gummiartige Beschichtung und das macht ihn zu einem wasserdichten Behälter, mit dem man zum Beispiel Wasser aus einem Fluss holen kann oder den man auch zum Abwaschen verwenden kann. Zentrales Teil des Kochsets ist der große 1,8 Liter fassende Kochtopf aus hochwertigem und robustem Edelstahl. Er besitzt einen langen klappbaren Griff, der gleichzeitig auch den Deckel sichert. Dieser ist mit einem Klemmmechanismus vor versehentlichen Zurückklappen gesichert. Der ebenfalls aus Edelstahl bestehende Kochtopfdeckel besitzt einen eigenen Griff und eine doppelte Lochreihe zum Abgießen von zubereiteten Nahrungsmitteln. Kommen wir zum Inhalt des Topfsets. Hier findet man zuerst einmal zwei verschiedene Behälter mit Deckel. In den Deckeln jeweils eine Belüftungsöffnung und eine etwas größere Trinköffnung. Das ist ganz praktisch, um in der Natur ein warmes oder kaltes Getränk genießen zu können, ohne dass irgendetwas in meine Flüssigkeit fallen kann. Und man kann natürlich auch eine heiße Suppe daraus schlürfen. Das ist aber bei weitem noch nicht alles, denn schaut man sich den Rand etwas genauer an, dann erkennt man, dass hier zwei Teile zusammengesetzt sind. Die kann ich auseinanderziehen und habe zwei Behältnisse. Diese können beim Kochen natürlich für allerlei Dinge verwendet werden und ansonsten stellen sie Teller und isoliertes Trinkgefäß dar. Daher ist der innere Behälter auch mit einer nützlichen Neoprenmanschette versehen. Er schützt die Finger vor dem heißen Inhalt und isoliert diesen auch noch. Und das ist noch nicht alles. Zum Lieferumfang gehören nämlich auch noch diese zwei Esswerkzeuge hier, sogenannte Göffel, eine Mischung aus Gabel und Löffel. Sie können einfach auseinandergeschoben werden. Und alles zusammen schön in zwei Farben unterteilt, damit es unterwegs auch zu keinen Verwechslungen kommen kann. Dieses mitgelieferte Täschchen hier ist übrigens nicht für die Göffel gedacht, sondern für den Transport eines optionalen Gasbrenners. Denn wenn man das ganze Set ein klein wenig anders zusammensetzt, als es im Auslieferungszustand der Fall war, dann passen sogar noch eine große Gaskartusche und ein kleiner klappbarer Gaskocher mit hinein. Genial! Insgesamt ist der 1,8 Liter fassende Edelstahltopf groß genug, um auch für zwei Personen eine ordentliche Mahlzeit zubereiten zu können. Bitteschön! Das GSI Topfset Glacier Stainless Dualist ist in vielen Outdoor-Geschäften und Online-Shops zu finden. Ein tolles Zwei-Personen-Kochset für unterwegs. Macht's gut! Vielen Dank an die Ventasport GmbH, die mir das hier vorgestellte Produkt für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.